Gestern, 16.30 Uhr. Guten Tag Herr Peck, hier ist der Traumquot von der Uniklinik in Köln. Ich will mich kurz melden wegen des MRT-Befundes. Da sieht soweit alles in Ordnung aus. Die Durchmesser der Schlagader ist wunderbar. Es gibt keine relevante Erweiterung. Was die Kollegen aber aus der Radiologie gerne mal machen würden, nochmal ein Teil, der so ein bisschen verwackelt ist, ich will sich nochmal ganz genau angucken. Da würde ich mit Ihnen das gerne mal besprechen, einfach weil dieser Teil nicht zu 100% super zu beurteilen ist. Würde man also da nochmal eine kleine Untersuchung machen wollen mit dem MRT. Aber das Wichtige für Sie ist, alle Gefäßdurchmesser sind im normalen Bereich von der Brustschlagader beginnend runter in die Bauchschlagader. Das ist ja schon mal alles sehr gut. So, ich würde mich einfach vielleicht am Montag mal melden bei Ihnen und bis dahin ein schönes Wochenende. Gut, tschüss.